Das neue BMW 2er Coupé und Cabrio hat viele neue Highlights. Zum Beispiel haben wir jetzt LED-Frontscheinwerfer und LED-Rücklichter. Im Exterieur haben sich für die Lines nochmal die Front deutlich mit verändert. Auch im Interieur haben wir deutliche Aufwertungsmaßnahmen, wir haben eine neue Instrumententafel. Und auch in der Technik hat sich dort nochmal sehr viel getan. Zum Beispiel haben wir ein neues Touch-Operation-System. Wir bieten im neuen BMW 2er Coupé und Cabrio erstmals serienmäßig LED-Scheinwerfer in der Front und auch LED-Rücklichter an. Mit einer speziellen dreidimensionalen Tiefenwirkung. Und für die Sportline und in der Luxury-Line hat sich in der Front auch nochmal die Niere dort verändert. Und auch die Einsätze in den Lufteinlässen. Die ganze Front wirkt im Zusammenspiel mit diesen ganzen Änderungen LED-Scheinwerfer, Niere und Lufteinlässe nochmal deutlich sportlicher und dynamischer. Daneben bieten wir für beide Modelle exklusive 17- und 18-Zoll-Felgen an. Und natürlich auch zwei sehr extrovertierte Farben wie Sunset Orange oder Seaside Blue, die den Charakter der beiden Modelle nochmal deutlich unterstreichen. Im Innenraum haben wir eine komplett neue Instrumententafel. Diese Instrumententafel ist nun harmonischer, ruhiger und wirkt dadurch wesentlich moderner. Daneben haben wir diese Instrumententafel auch nochmal aufgewertet mit Galvanikelementen und Hochglanzelementen und einem sehr sportlichen Ziernaht auf der Instrumententafel. Das Bedienkonzept ist das erste Mal, dass wir in einem BMW 2er ein Touch-Bedienkonzept haben. Und dieses Bedienkonzept wurde erstmals auf Touch-Funktionalität hin entwickelt. Und deswegen sehen Sie auf der ersten Oberfläche drei große Kacheln, die Sie auch bei schlechten Fahrbahnverhältnissen sehr gut touchen können. Und in diesen Kacheln sehen Sie immer Live-Inhalte. Das heißt zum Beispiel bei einer Navigation sehen Sie immer Ihre aktuelle Position in der Karte. Oder wenn Sie Musik hören, sehen Sie hoffentlich ein sehr schönes, nettes Album-Cover. Und Sie können neben dem Bildschirm, können Sie auch den iDrive-Controller erstmals touchen. Ich glaube, dass das BMW 2er Coupé und auch das Cabrio besondere Modelle in unserem Portfolio sind, die für den Kern der Marke stehen, für Freude am Fahren. Das BMW 2er Coupé und Cabrio sind sehr kompakt, leicht, agil, sehr wendig, hat sehr effiziente und sehr leistungsstarke Motoren. Und diese Autos machen einfach Spaß am Fahren. Und insbesondere auch am offenen Fahren ist das 2er Cabrio eine Benchmark in seinem Segment. Und das ist das 2er Cabrio eine Benchmark in seinem Segment.